Der erste Sprung hat mich zwar schon überrascht, als ich in der Luft war, dachte ich mir ein. Das ist fast doppelt so hoch, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, hat dann trotzdem funktioniert. Ich stelle mir das halt zart vor, wenn du einen Sprung machst und du weißt halt nicht, wie ist da die Landung. Also ist es weich, hart, gefroren, wie auch immer. Ich stelle mir das halt vor, wenn du einen Sprung machst. Ich stelle mir das halt vor. Ich stelle mir das halt vor.